Hallo liebe Deutschlernende, ich bin's wieder und heute bin ich auf der Havel. Die Havel ist ein Fluss in Berlin und die Sonne scheint wieder sehr und es sieht wieder total schön aus. Ich zeige euch mal so ein bisschen die Umgebung. Ich werde hier gepaddelt von einer sehr starken Dame, die nicht im Video sein möchte, aber zumindest kann ich euch die ganze Natur hier zeigen und es sieht richtig herrlich aus, das ist richtig herrlich. Und ja, es ist gerade Sonntag und ich hoffe, wenn jetzt bei euch, wenn ihr das seht, auch gerade Wochenende ist, dann unternehmt ihr auch etwas Tolles und Spannendes. Ich wünsche euch viel Spaß und bis morgen. Tschüss!